Am besten immer mit den Dingern mitfliegen. Oder so. Damit sie dadurch treffen können. Hm. Mann. Nicht ein Treffer lande ich hier an denen. Aha. Haha. Nein. Nein. Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hasse diesen Wily. Ich hasse ihn wie die Pest. Ehrlich. Gibt's irgendeine Waffe gegen dieses Ding? Ich glaub nicht. Gibt's irgendwas, was ich öfter benutzen kann? Das Ding. Vielleicht hilft's. Es hat zumindest einen höheren Durchschlagsradius oder sowas. Ah, es funktioniert. Naja. Ist zwar nicht die feine englische Art, das jetzt mit der Waffe zu regeln, aber besser als nix. Ne? Ich will ja wenigstens nochmal zeigen, dann... Ach nein, das mach ich am Schluss. Wenn's dann... Wenn Hopfen und Malz verloren sind, dann benutze ich meinen Damage-Albierer. Ah, jetzt ist leer. Scheiße. Nein. Nein. Oh nein. Jetzt wird's wieder anstrengender. Okay, ich glaub, ich krieg ihn in Phase 2. Wenn ich ihn in Phase 2 kriege, dann wär ich auch so... Ups, dann wär ich auch so nett sein und gleich aufs Ganze gehen. Oh Gott. Hm. Ja, ich benutze das Ding gegen ihn dann. Wupp. Autsch. Das sollte ich vielleicht doch nicht tun, aber... Nu ist zu spät. Ah, fuck. Oh, jetzt wird's eklig. Wie... Wie... Wie krieg ich das nur hin? Geht das? Ja, es geht! Ah, ist das geil. Ist das ein geiles Gefühl, wenn's klappt. Aber es klappt nicht oft genug, denk ich. Uiuiui. Uiuiui. Wenn ich nur mit halbem Leben in die... In den... Zum Endwily komme. Dann reicht das. Ah, shit. So. Ah, naja. Knapp halbes Leben wird's sein. Haha. Oh, shit. Hätte ich das nicht getan, lieber. Ich hätte warten können. Dann wäre das nochmal so... Komm. Ähm. Ähm. Okay. Oh, Gott. Jetzt kommt... Der Hauch des Todes. Genau. So. Dritte Phase. Ich weiß, der P-Ball funktioniert dort ganz gut, aber... Ich muss gucken, wo ich ihn am besten treffe. Oder wenn ich ihn treffen kann, dann benutze ich den P-Ball. Wenn nicht, dann benutze ich die Bazooka oder so. Ah, fuck. Das habe ich vergessen. Ähm. Autsch. Fuck, ey. Jetzt kann ich... Oh, nein. Kann ich nicht. Haha. Ist das eklig. Oh, ich habe schon keine Munition mehr. Scheiße. Ah, das hilft nicht. Nein. Hornissen. Nein. Ne. Ne. Ah, fuck. Fuck. Jetzt. P-Ball. Auspacken. Nein. Doch nicht. Oh, Gott. Hornissen. Oh, nein. Es wird nichts. Ah, ich bin tot. Okay, letzte Phase war er. Eigentlich habe ich schon jetzt keine Chance mehr gegen ihn. Denn, was soll ich machen? Das war mein bester Try und den habe ich mit einem Power-Up gemacht. Wir können es ja so machen, ich mache den heute Abend nochmal und... Hoppsa. Und dann... Also, ich werde... Ich werde wohl meinen... Ja. Passt auf. Ich mache es so. Ich werde meinen Safe-State laden. Hoppsa. Ich werde nochmal bis zu ihm hinkämpfen. Und... Ich werde euch dann den Kampf zeigen. Und ich werde auf dem Weg meine Power-Ups sparen. Ja. Es könnte länger dauern. Deswegen werde ich... Hm. Werde ich einfach versuchen... Äh... Oder nein. Äh... Was heißt hier versuchen? Ich werde einfach nicht aufnehmen. So. Ich zeige euch dann nur den Kampf und... Dann haben wir das. Dann wisst ihr schon mal, okay... Power-Ups solltet ihr... Für diesen... Boss... Bereithalten. Ich weiß auch nicht... Äh... Es... Es ist vielleicht möglich, ihn zu besiegen. Ohne Power-Ups. Aber... Ich schaff's nicht. Das... Es... Es sagt jetzt nicht... Oh, was für ein Noob. Sondern... Äh... Es gibt auch Leute, die haben das Spiel noch gar nicht erst... Äh... Überhaupt durchgeschafft. Upsa. Ich will da keine Namen nennen und... Das wäre auch fies. Und... Ja. Spielt das Spiel am besten selber. Spielt's im Superhelden-Modus. Seht, was ich hier durchmache. Am eigenen... Erfahrt's am eigenen Leib. Ja. Ah, fuck. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Einmal will ich ihn noch in Phase 2 kriegen. Äh... Einmal noch. Haha, Phase 2. So. Okay. Vielleicht klappt's ja doch irgendwie. Ähm... Wenn ich... Alles voll aufgeladen hab und gegen alles gewappnet bin. Das ist doch die Idee. Ah, ich hab... Ich hab jetzt voll die krasse Idee. Aber ich glaub, dafür hab ich zu wenig Waffenenergie. Selbst wenn ich diese Waffe nicht benutze. Das bedeutet wiederum... Ähm... Schlecht. Ich muss es dann ausprobieren. Dann muss ich halt... Upsa. Ah, fuck. Das war ja so. Äh. Was sind das überhaupt für Dinger? Steine, Eier, Yoshi-Eier. Er wirft mit Yoshi-Eiern auf mich. Haha. Hm. 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 Naja. Äh. Zerbürst an ihm. Äh. Das war jetzt ein Lag. Das, liebe Kinder, war ein Lag. Also... Ich find's scheiße, wenn's laggt. So. So. Haha. Und wieder. Und... Ah, scheiße. Und... So. Ah, Mann. Ah, Mann. Es war... Es hat doch so gut angefangen. Wieso muss mir dieser Traum jetzt zerstört werden? Der Traum vom Sieg gegen Wily. Ah, fuck. Einmal noch. Ah, er ist weg. Okay. Er ist in Phase 2, meine ich. Was mach ich jetzt? Oh Gott. Jetzt kommt er wieder mit seiner... Bösen Attacke. Kommt man da überhaupt drüber? Hoppa. Nee, nicht so richtig. Scheiße. Ah, ich glaub, es geht. Aber es braucht ziemlich viel Timing. Au. Ups. Ja, es geht. Ha. Trotzdem. Ich werd ihn nicht besiegen, so. Das weiß ich jetzt schon. Aha. Ja. Mach weiter. Wenigstens in Phase 3 will ich ihn nochmal kriegen. Ohne Power-Ups. Autsch. Das passiert, wenn man einen Lag hat. Au. Äh, okay. Komm, komm. Böser Wily. Böse. Ah, fuck. Hm. Hm. Na ja, gut. Ich will euch diesen Kampf nur nochmal zeigen. Ich glaub, danach bin ich eh Game Over. Und dann... Ja. Geht's heute damit weiter halt, dass... Ah. Ah. Upsa. Ja. Und nochmal. Ah, ja. Schön. Dann geht's heute Nachmittag damit weiter, dass ich diesen Kerl auch wirklich platt mache. Ah, jetzt hätte ich doch... Ah, die Waffe gegen ihn verwenden können. Ah, wie soll denn das gehen? Alter, die Waffe ist gut gegen ihn. Wie soll das klappen? Äh, so. Down. Vielleicht hab ich auch noch einen Versuch. Dann werd ich den noch starten. Nein, Spiel ist aus. Okay. Das war's von mir erstmal. Und das Let's Play geht halt. Später weiter. Tschüssikowski. Okay. Okay.